Hallo und willkommen zurück bei Satisfactory. Wir waren in der letzten Folge dabei, alles für den Meilenstein oder Hub Tier 6, Stufe 6, die erweiterte Infrastruktur, Energieinfrastruktur, sorry, die ganzen Ressourcen zusammen zu sammeln und die Bauteile zu produzieren, die wir brauchen. Ich habe das jetzt mal schnell ohne euch gemacht, hat ja nicht mehr gefehlt, allzu viel. Und mit euch, ich sehe es oben rechts, ich habe alles, die ganzen Computer, ich habe alles mit euch, schalte ich jetzt den Meilenstein frei. Bazinga! Der Brennstoffgenerator passt nun die Stromerzeugung an. Was? Was macht der? Ja, das Vierer. Oh, ist aber, ist auch schön zu sehen, dass es immer ein anderes Design ist. Förderband, Förderband Modell 2. Hier fehlt die Übersetzung. Modell, Modell 3, den haben wir schon teilweise. Ähm, ja nicht überall, aber so die längeren Strecken. Und den Vierer, uh, der geht natürlich 270 zu 450 Ressourcen. Alter! Der wird böse. Hohohoho, der wird heftig. Genauso. Den Lift passend dazu. Den intelligenten Splitter, den hatten wir schon. Fundamente, da hat sich nichts geändert. Wenn, da hat sich nichts. Organisation, Fahrzeuge. Und natürlich, Energie. Brennstoffgenerator. Consumables fuel to generate electricity for your power grid. Has an input, so feeding fuel can be automated. Ja, okay. Aber da müsste ich doch dann dauerhaft... Ah, nein, warte, 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 warte. Ich wollte jetzt erst hier dieses Biofuel. Hier, das hier. Das Grüne. Aber, 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 wir können doch. Wir können doch. Wir haben doch Öl. Wir können doch Brennstoff herstellen. Das heißt ja doch. Wow. Das war's. Wir haben doch Öl. Wir können doch dem hier sagen, er soll hier Brennstoff herstellen. Und dann können wir das automatisieren. Ne, hör mal auf, mach mal. Ja. Ich glaube, wenn wir die, 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 das Förderbahnstufe 4 einbauen, wird mir schlecht. Boah. Steht da drauf, Fresh Oil. Tatsächlich, Fresh Oil. Ja, uh, jetzt würde ich ja mal interessieren, wie groß der ist. Okay. Der ist natürlich... Den bauen wir mal weg. Wow. Okay. Okay. So teuer ist der jetzt gar nicht. Fünf verstärkte Rahmen, zehn Motoren, also fünf Motoren. Fünf verstärkte Rahmen fehlen noch. Fünf Computer haben wir noch. Kabel haben wir auch jede Menge. So teuer ist der gar nicht. Tja, ich würde sagen, wir steigen dann irgendwann mal auf Sprit um. Oder? Je nachdem, wie viel Energie er produziert. Na ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Aber... Alles zu seiner Zeit. So, hier können wir alles wegreißen. Also fast alles. Wir können das, was hier hochkommt... Unten würde ich erst nochmal lassen. Unten bauen wir dann weg, wenn es soweit ist. Ähm, wie ist es denn hier? Okay, es... Wird es leerer? Ich glaube, es wird leerer, oder? Also es muss leerer werden, weil es mir im Weg steht. Okay, Schrauben werden wegtransportiert. Ja, okay, Schrauben sind hier. Noch drinnen. Wunderbar. So, wo waren wir? Wir wollten hier mit den schnellen Förderbändern nach oben. Das schauen wir... Ach, wir brauchen jetzt auch... Wollen wir die besseren nehmen? Ja, schon, oder? Ich meine, die werden sehr, sehr teuer werden. Weil wir einfach... Aber ich glaube, der Container müsste voll sein. Ähm... Hier bin ich falsch. Oder? Nein. Ja, also der Container wäre voll. Und würde, glaube ich, auch direkt wieder anspringen, wenn wir anfangen, loszubauen. Warte, das will ich erstmal testen. Bevor wir hier irgendwas... Das verstehe ich nicht. Ach nein, er hat von da den Strom. Okay, gut. Dann müssen wir mal gucken. Ich hab's schon rot klinken sehen. Ach, du holst hier von hier hinten den Strom. Warte, das kriegen wir doch. Zack. Oder? Und schon haben wir... Schon produziert er. Produziert er... Ja, er produziert das, genau. Ja, und da wir Beton und das andere hier haben, macht er da weiter. Und welches Kraftwerk ist da jetzt ausgestiegen? Jetzt hat sich nämlich nach dem Kraftwerk angehört, was ausgestiegen ist. Das läuft. Das läuft. Oh, wenn auch... Wenn auch... An der... Grenze. Ach so, ihr habt die grünen... Lampen hier hinten, oder? Ja. Nein, läuft. Ja, dann... Machen wir mal die schnellen Bänder. Doch, ich bin da schon so ein bisschen gespannt und geil drauf. Aber ich sehe gerade, dass diese Produktion hier im Weg steht dann. Okay, machen wir erst mal das Offensichtliche. Wir machen mal die Förderbänder hier weg. Ich meine, die werden sehr wahrscheinlich wieder hinkommen. Ich kenne mich. Aber nein, die überfällt die Wand. Moment. So, aber wir können doch jetzt sagen, Logistik, den schnelleren Lift auf die 6, das schnellere Band auf die 5. Und jetzt gucken wir mal, genau. So. Und jetzt ist es ganz wichtig, was wir machen. Wir brauchen jetzt eigentlich drei Schmelzen. Und zwei Stück führen wir dann zusammen für die Produktion der Platten. Und die eine Schmelze würde erstmal ins Lager gehen. Oder? Doch, machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Ja, jetzt müssen wir das hier aufteilen. Ich würde erstmal eine Linie weiterbauen. Stellen wir hier auf die Platten stellen wir die Schmelze, oder? Geht nicht. Wow. Ups. Eisenbahnen. So, nach der Schmelze geht es weiter. Mit der Zusammenfügung dieser zwei Schmelzen, damit wir genügend Platten haben. Oder brauchen wir, das ist jetzt die Sache, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Für was brauchen wir denn nachher alles die Platten, doch eigentlich nur für diese Produktion hier. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, ne? Ich glaube, wir machen erstmal die eine Linie weiter hier. Ähm, das heißt, wir brauchen jetzt einen Konstruktor. eigentlich schon. Ein Konstruktor. Ein Konstruktor. Ein Konstruktor. Ah, dann machen wir aus dem anderen Eisenstangen. Ja, wenn ich hier bleibe, müsste ich das eigentlich... Ja, 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 dann machen wir aus dem anderen Eisenstangen. Das ist... Und das dritte geht dann einfach mit den Platten einfach ins Lager. So, und der Konstruktor... Genau, macht die Eisenplatten. Und nach den Eisenplatten... Erstmal nix. Doch, ähm, hier kommt der... Der Manufaktor kommt dann dahin, oder? Der Manufaktor, der macht uns aus der zweiten Linie hier, wenn wir da Stangen schmelzen, macht er uns, ähm, Schrauben. Ne, die müssen wir dann aufsplitten. Die Schrauben schmelzen müssen wir aufsplitten. Also hier, nach dem, nach dem Konstruktor müssen wir aufsplitten. Einmal Schrauben. Einmal Stangen. Ne, warte mal, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen... Bin ich durch ein bisschen durcheinander. Na, der ist doch vielleicht schon zu spät für mich hier. Also, Fakt ist... Der macht uns Eisenplatten. So, aus diesen Eisenplatten. Die benutzen wir nur zum Bauen. Und um verstärkte Eisenplatten zu machen. Aber um das zu tun, müssten wir... Warte, ich will das mal... hier den zweiten Konstruktor hinstellen. War mir klar, eins ist zu weit vorne. Dann bauen wir den hier so... Konstruktor. Da kommt eine Schmelze davor, da macht er Eisen Stangen. So, aus diesen Eisen Stangen... müssen wir dann... Schrauben machen. Wir müssen aber auch abgreifen... für einmal ins Lager. So, dann machen wir hier einen Würfel hin. Äh... Logistik... Wollen wir dann gleich einen Intelligenten nutzen? Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil hier kommt hier nur eine Ressource raus. Nämlich die Stangen. Nämlich den Freiraum. Nämlich den Freiraum. Okay, ist zu nah. Nämlich den Freiraum. Okay, ist zu nah. So, jetzt... Jetzt... müssen wir hier nach... das nehmen, was... jetzt muss hier erst nochmal eine... eine... ...von da hinein. Und dann werden wir nach... ...dann... 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 ...hos? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.